Musik Nun bei mir für das Team TH Logistik und Versicherungen Walter Meist, Selina Url. Sie ging mit ihrem Kassier das erste Mal bei einer Team Tour jetzt an den Start. Hier gleich null gewesen beim Auftakt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wie war es für dich? Was waren deine Eindrücke hier vom Auftakt? Für mich war es sehr spannend. Ich war sehr nervös. Aber ich bin zufrieden mit meinem Pony und hoffe, dass es so weitergeht. Das hoffen wir natürlich auch. Die nächste Etappe dann in Sachendorf. Da bist du auch wieder dabei, oder? Natürlich. Dann freuen wir uns auf das schon weiterhin. Viel Erfolg und danke fürs Kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.